Das war nicht die nördliche Patrouille. Ich könnte schwören. Ich warte auf Befehle. Was liegt denn da? Noch eine Granate. Ich glaube Granaten kann man gut gebrauchen. Sekunde. Von einer Mag10. Noch eine Granate. Ich nehme mal die ganzen Granaten erstmal mit. Unterwegs. Shotgun. Shotgun. Schon dabei. Retter. Sprechen Sie Commander. Die nehme ich mal noch mit. Warte auf Befehle. Wir machen ganz gut einen Eindruck. Absolut zu viel von dem Ramm. Wieso? Absolut zu viel von dem Ramm. Unterwegs. Ja. Aha. So. Feature unterwegs. Also viel nördlicher werden die Patrouille dann glaube ich nicht, oder? Eine Sekunde. Hier ist da noch klein oder irgendwo was. Oh, hier ist noch ordentlich was los. Ist das hier vielleicht Sam's Side? Schon dabei. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Was ich davon jetzt halten sollte man jetzt sagen. Jetzt mal gucken. Wer ist denn das hier der Verletzte? Bin immer noch da. Das ist Jack. Unterwegs. Bin auf dem Weg. Klar, der, der... Was? Hier, Beacher. Was ist das hier? Was, was, was blinkt da? Schon dabei. Oh, da läuft's einer lang. Eine Sekunde. Louis Thunderbird hier. Beweist angeben. Roger. Ach. Ich wiederhole. Ich bin auch versperrt. 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 Schon dabei. Was für eine kolossale Verschwendung. Jack Beacher hier. Ich beklecker mich hier jetzt aber gerade wenig. Hier, die Jax. Der Typ, der guckt auch genau da hin. Ich bin auch versperrt. Ich bin auch versperrt. Ja, legen Sie los. Ja, schieß am... Ich bin bereit. Sprechen Sie. Emerson unterwegs. Ihr Beacher. Bin auf dem Weg. Ich glaube, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich hier ein bisschen firm drin bin. Oh, hier liegen wir nicht wieder Granaten rum. Okay, was bedeutet das, wenn das blinkt? Das muss mir irgendjemand unbedingt erzählen. Weil, ähm... Sonst habe ich echt das Gefühl, dass ich auf Dauer nicht so die Schnitte habe. Weil das scheint, glaube ich, irgendwie was Wichtiges zu sein. Emerson unterwegs. Wo? Da komme ich nicht hin. Unterwegs. Hey, du da! Das scheint irgendwie was Wichtiges zu sein. Alexander Boutier. Wer sagt das? Ein Dröhling! Wer redet so? Und... Da kommt das her? Die große Spritze. Warte auf Befehle. Hey, du da! Ich habe keine Ahnung, wer das sagt. Eine Sekunde. Vielleicht hier um die Ecke oder so? Stehe noch einer. Eine Sekunde. Schon dabei. Bin auf dem Weg. Okay, wir legen uns mal hin. Eine Sekunde. Und... Dann gucke ich mal, ob ich den nicht irgendwie noch erledigen kann. Habe ich schon irgendwas geschafft? Außer sichern Sie die Basis. Das ist komplett. Ah, eliminieren Sie den Wachbosten. Cool. Ende. Ich bin bereit. Unterwegs. So. Schon dabei. Bin auf dem Weg. Okay, wo ist denn jetzt die nördliche Patrouille? Von wo kommt die denn? Eine Sekunde. Ich habe keine Ahnung, wo die Samstellung ist. Bin auf dem Weg. Ja. Soll ich eine Kamera drehen? Jetzt guckt die... Jetzt guckt die nach oben hin. Also hier glaube ich nicht, dass die lang läuft. Schon dabei. Seltsam. Eine Sekunde. Hier muss ja auch irgendwo was sein. Oder? Jetzt steht die Kamera genau drüber. Ist hier auch nur Gröll oder so? Soll hier auch eine Samstellung sein? Das verstehe ich gar nicht. Au. Unterwegs. Eine Sekunde. So ein kack Dorf. Aber lasst doch mal hier hin. Das sieht doch mal... Das sieht doch interessant aus. Oh. Das hier ist... Da ist Samstellung. Ähm. Stopp. Hört auf, was ihr tut, weil hier steht so ein Typ. Und ich dachte, den können wir... Ah. Okay, gut. Und das hier sieht mir nach... Dann hört ich Patrouille aus. Okay, nicht ganz patrouillig. Ähm. So wie ich mir das vorgestellt habe. Eine Sekunde. Aber... Ähm. In meiner aktuellen Lage nehme ich glaube ich, was ich kriegen kann. Schon dabei. I. Ne, noch nicht. Alle in Reichweite. Und... 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 Okay. Sichern Sie die Basis. Beendet. Sieht so, wie Sie eine Enemies-Patrouille haben, die nach Ihrer Position aus dem Norden. Bin immer noch da. Nachdem Ihre Situation hat stabilisiert, werde ich ein Helikopter in bekommen und ein paar Suppe geben. Alles vorbei, Alter. Ja, ist okay. Bin auf dem Weg. Alter. Nicht gut. Okay. Unterwegs. Da soll jetzt irgendwie jetzt, nachdem ich das gemacht habe, anscheinend... Eine Sekunde. Eine Patrouille kommen, sagt der. Schon dabei. Eine Sekunde. Mal gucken, ob er gelogen hat. Weil wenn er gelogen hat, dann... Dann werde ich aber stinksauer. Okay, irgendwie von... Schon dabei. Da soll die kommen. Aber so richtig versehen tut er noch nicht. Unterwegs. Bin auf dem Weg. Gucken wir mal langsam hier so lang. Feature unterwegs. Eine Sekunde. Hat sich da noch was tut. Unterwegs. Ich glaube... Ich, ich... Feature unterwegs. Speichere einfach mal. Bin auf dem Weg. Bevor ich hier... Hier nochmal 20 Minuten machen muss, oder sowas. Schon dabei. Uh, spannend. Unterwegs. Das zerfetzt mich quasi. Feature unterwegs. Na gut, so spannend ist es auch nicht. Ich kümmere mich dann erstmal um die Sam-Zeit. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe keine Lust zu warten, bis die jetzt irgendwie in 10 Jahren dann mal irgendwann da sind. Bin auf dem Weg. Ich kann mal hier so von hinten kommen. Schon dabei. Das kann nie schaden, wenn man das macht. Bin auf dem Weg. Glaube ich jedenfalls. So. John Lewis. Ich warte auf Befehle. Quotenschwarze. Ja. Schon dabei. Reden Sie weiter. Ja. Der Oberschrittsschüler. Jack Beecher hier. Unterwegs. Schon dabei. Psychopath. Massenmörder. Ihr Beecher. Warte auf Befehle. Ist das richtig oder ist das so latin? Unterwegs. Ich weiß es nicht. Schon dabei. Bin auf dem Weg. So groß sind die Karten eigentlich gar nicht, wie das jetzt ausschaut, glaube ich. Wenn man so guckt. Einige. Genau, man hat so eine coole von oben Ansicht. Die aber auch jetzt nicht wirklich viel übersichtlicher ist. Bin auf dem Weg. Ah, da können wir schon Leute sehen. Schon dabei. Warum tut es das? Warum tut es das? Heißt das irgendwie, dass sie gesehen werden oder sowas? Eine Sekunde. Oder, oder... Ich weiß es wirklich nicht. Bin auf dem Weg. Was ist dieser blaue Kreis? Irgendwie so weit, wie die mit einer Granate werfen können oder... Ich glaube, das ist wie weit die mit einer Granate werfen können. So ein scheiß Insekt oder sowas, das mir ständig vor mir Augen rumfliegt. Schon dabei. Sieht schon eher gefährlich aus, was da passiert. Ich fand ja, ob man da nicht irgendwas klüger mit Granaten oder sowas machen kann. Wo gucken die denn hin? Ah, die gucken eigentlich in ganz günstige Richtungen alle. Deswegen kann ich mal probieren, ein bisschen näher heranzukommen. Es sieht aus. Da siehst du, was von der Welt lernst nette Mädels kennen, haben sie gesagt. Ich warte auf Befehle. Sprechen Sie. Okay, er hat irgendwie alle Granate geratet. Das ist nicht so gut. Ich gebe mal... Check eine. Oh ja. Ja, kriege ich ihm hinterher, John. Hm. Und... Hab schon zu viel von dem Rampchen. Hm? Okay, gut. Ähm... Eine Sekunde. Jack Beecher hier. Geht das? Ne. Aber ja, es ist jeder. Egal. Legen Sie los. Eine Granate pro Slot. Wie schaust. Ich warte auf Befehle. Legen Sie los, Commander. Sekunde noch. Ich bin immer noch hier. Ja, das wird... Ja. Sprechen Sie, Commander. Wenn ich mir das so angucke... Hier, Beecher. Beecher unterwegs. Ja. Er kann ein bisschen weiter werfen. Reden Sie weiter, Commander. So, dann kriechen wir mal hier hin. Run an den Speck. Und jetzt... Mit Shift kann man irgendwie die Granate werfen. Geht nicht schiffen. Äh, mit einem Rechtsklick. Alles klar. Ähm... Gucken. Schafft er das? Ui. Ich bin mir leid, wenn Sie gehen. Das gefällt mir, das gefällt mir. John Emerson hier. Warum liegt er nur so kundisch auf dem Boden? Ah. Objective Completed. Schon dabei.